Willkommen zur nächsten Folge zu The Legend of Zelda Teeth of Kingdom, ich habe noch ein bisschen was vergessen und zwar bin ich hier in der Nähe von der Zentralmine und da befindet sich eine Höhle, also einfach mal ein bisschen wegschießen lassen und dann kommt man dorthin, ich glaube das kann man auch vom Schild sehen, Junubau zentral in der Nähe befindet sich das und da ist die Höhle namens Osthöhle an der Junubau und wenn es gefällt, dann könnt ihr ein Like da lassen und abonnieren, damit die weiteren Vösen und Leistungsnitz verpasst Der habe ich neu gemacht vom Fels of Rock Deswegen kann ich noch ein bisschen Sehr gut Also hier mit den mit diesen Waffen da ist es ja auch kein Problem Langrostiger Zweihände, alles klar Ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich die richtige Höhle war Denn es gab ja mehrere Höhlen Und eine davon sollte etwas richtig Besonderes befinden Das heißt, die Höhle wird den Schrein, okay Ich habe auch hier eine gefunden Hast du irgendwas Besonderes? Hast du irgendwas Besonderes? Jetzt kannst du mal ein bisschen wegschregen Okay, jetzt kannst du mal ein bisschen wegschregen Okay, jetzt kannst du mal wegschregen So und gleich nochmal so und gleich nochmal Was ist denn mit dem Schrein da los ey, da soll das ja die Hinterseite sein. Ich muss ja wirklich hier wegbohren, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Irgendwie irgendwas komisches gemacht, aber egal. Oh, nicht schon wieder dieses... Das wird lange dauern. Knappes Überleben, typisch. Ja, aber ich habe hier keine Waffen gefunden hier. Ach da. Gott sitzlich heiße ich das am meisten, aber ich mache mal jetzt das sogenannte Ausweichmanöver. Ufff! Alter! Alter! Aber ich habe hier auch keinen scheiß Bogen, ne? Einfach in Bewegung bleiben, dann ist auch kein Problem. Aber Zeitpunkt her habe ich noch, ne? Ja. Ja. Ein paar sind ja noch da drüben. Ja. 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 Wichtig. Wrob ich jetzt den First Throw Shuffle... Weiß man nicht. Okay. Na ja. Ja. Na, na. Na ja. oh fuck, ist noch einer ja genau, da sind zwei leute, das zählt nicht ich habe nur einen fokussiert das war unfair anzeige ist raus das schlägt er ganz anders du sollst die bombe einsetzen alter, er hat mich fast getroffen hey, das war doch gut oh geil, perfekt guck mal, da ist schon wieder noch einer unfair das ist schon wieder so ein elite ding ja, wieso stirbt er noch nicht? ey, das war so unfair das waren drei stück, ich bin alleine ich sehe keine heilung oder sowas ja geil, perfekte position ja genau, schon wieder ein unverdienter das schon wieder, zum 50. mal wurde ich einfach grundlos weggefickt ich verstehe es nicht was mache ich falsch? ich habe keinen tipp, keine heilung oder so ein scheiß ey das erlebe kotzt mich am meisten an ey leck mich am arsch ey das war so ein bisschen von fünf von fünf von fünf Das war's für heute. Ja, falsch abgebogen. Ja, falsch abgebogen. Wieso? Hä? Anzeige ist raus. Guck mal da, ich kann nichts machen. Boah, das ist kein Augentreffer. Guck mal, das ist ein Augentreffer. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Und zwei, Herzen, zwei! Was soll ich mit dem Ding machen? Oh, er hat sich selbst umgebracht. Geil. So, jetzt gewinnen, sonst reicht nicht alles. Das ist der letzte. Ich treffe ihn nicht mehr. Nein! Wieso? Wieso hat er noch geblockt, ey? Nur so'n unverdienter Scheiß, ey! Weil der alte Kappdinger nichts gemacht hat! Ich wollte keine Pfeile bekommen mit deiner Mutter! Ey, ich hätte noch einen Schlag gehalten oder hab ich's noch geschafft, ey! Weil der Huchensohn mich umgebracht hat, ey! Unverdient, Alter! Unverdient! Unverdient! Ich bin ausgewischt und er trifft mich, das ist unverdient! 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 Und erfnyt! Ob er so vor Ja, nach dem Schlagen hätte ich das gemacht, ey. Ich bin doch zerbrochen. Und wer hat welche Bastard mich noch getroffen in der Huhensonne, ey? Dann zeig ich an. Okay, jetzt mache ich auch noch so eine Art Combo. Der Elende Bastard ist wieder da. Perfekt. Jetzt zur Elite. Ey, werde ich nochmal rumgepackt für dich. Kommt rein, sie ist tot. Oh, geschafft! Oh mein Gott! Eigentlich hätte ich das ein bisschen früher gemacht, ey. Alter. Alter, ich hätte alles ausgerissen, ey. Dass ich sofort alles hasse, ey. Oh, das rostner Schilti-Effekt damit. Ich will niemand haben. Oh. Hm, nö. Um, nö. I miss you. Immerhin habe ich den Schrei gefunden, aber dieser Schrei hätte nicht sein sollen. Hä, was für Fehler? Warum steht da unten rechts bei der Zahl Fehler? Egal. Das ist doch scheißegal, wo denn? Okay, hier würde was passieren. Link, hier drüben. Ja, ja, ja. Das weiß ich jetzt hier. Aber habe ich viel Schleiß gespeichert? Ja, aber schon können auch so bleiben. Dann müssen wir das machen bei Toppers. Hier entlang. Genau hier habe ich sie gesehen, oder? Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Und naja, dann gab sie mir eine Maske, die ich tragen sollte und danach also... So ein Schotter. Sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Die Prinzessin, da ist sie ja! Zelda, hey, hör doch mal bitte! Da oben ist es viel zu gefährlich! Das ist so eine Hölle! Das ist so eine Hölle! Das ist so eine Hölle! Ausgebottes Todesberg! Iysavia! Was ist das für ein Name? Was ist das denn für eine Krater gekommen? Das Monster aus dem roten Stein? Und noch gleich drei auf einmal? Nein, Moment, das ist ein Monster mit drei Köpfen, wie kommen wir denn das nochmal her? Warum sagt mir keiner, dass im Todesberg so ein Vieh dauert? Wenn wir dieses Monster nicht schnell, wir sehen es Prinzessin, sei dann Gefahr. Auch von hier aus komme ich in meine Rollenangriffe nicht heran. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ja, hier ist der doch. Ja, warte mal. Foto auf jeden Fall. Il-Vat-Zia heißt er, okay. Aber hier, guck mal. Mit dieser Hilfe können wir doch weiterhin, ne? Aber kann ich das ein wenig speichern oder so? Aber ich hätte es gerne gespeichert haben, weil die könnte auch richtig sein. Hier kommt später Brawn, ne? Hier. Einfach hier in den Tragflächen. In den Kanten, so. Okay. Okay, dann Attacke. Oha. Oha. Hey, ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt. Aber wenn, dann hab ich doch das Ding hier noch. Aber ich hab gedrückt, wie die es wollten. Hey, andere, du dummer Wichser. Hey, da ist kaum mit der Lenkung nicht klar, ey. Hä, so geht er nicht nach links. Der da schwankelt so von... Wie so, äh, wenn es so ein Unwetter fliegt. Maa. Aber geht doch. Das schwankt so stark. Ja, wir sind zweit hoch. Ja, wir sind tiefer. Ja, wir sind tiefer. Ja, wir sind tiefer. Und, ja. Wieso geht er nicht? Geht doch. Alter, ich komm mit der Lenkung nicht rein. Eigentlich halt war der letzte Betrug. Dann sah ich das raus. Oh, trotzdem kein Fehler. Oh, wir haben es geschafft. Was war das für ein Monster? Ich dachte, plötzlich sei der wäre hier irgendwo verschwunden. Warte, ist die schon in ein Loch gefahren? Oh nein. Das wäre echt übel. Wir müssen hinterher. Ja, aber stopp doch. Warte. Du, ich komme. Ja, aber einfach so runterspringen kann man auch noch, wie tun, verletzen. Ach, wie so dumm, ey. Oh, egal. Aber es geht tatsächlich auch im Untergrund, oder was? Der Abgrund am Todesberg, ja. Boah, was weiß ich, dass ich das sehe, ey. Boah, das ist der nächste. Bestimmt auch sogar mehrere, ja. Ich nehme einfach den nächstgelegenen und öffne das zuerst. Oh, hier ist aber auch Brandschutz nötig, ne? Aber jetzt machen wir weiter im Untergrund. Also ja, krass. Aber auch noch die Lava, ne? Kann man eine 7 geben, ne? Okay, die Markierung des Tieren. Alter, geil. Ich finde, ich muss doch ein paar hinfliegen, oder was? Ich finde, ich muss doch ein paar hinfliegen, oder was? Oh, das ist doch immerhin im Weg, oder auch nicht. Was ist das denn? Aber wir machen jetzt so einen Zwischendoppel dieser Truhe. Oder dieser Start-Tour. Getränke ist benötigt, ne? Oder auch nicht. Oder dieser Start-Tour. Ja. Okay. rap. Da haben wir ja nur noch so ein paar Stellen, dass man noch aufsuchen kann, ist auch besser so und da haben wir den. Na, die versungene Stadt oder was? Ich hätte es gedacht, dass es unter diesem Todeswerk sooo aussieht. Alle die roten Felsen. Was soll ich potenziell mit all diesen Schleimsteinen zu suchen haben? Hä? Ja, schon wieder hast du die Stimme doch gehört, ne? Irgendjemand ruft auf mich, so klang es ganz sicher. Mal überlegen. Ja, er müsste dort irgendwo gekommen sein, also in dieser Richtung. Vielleicht haben wir die Mysteriestimme ja irgendwie von Prinzen Seller zu tun. Los, lass uns schnell dahin. Ja. Können wir machen. Oh, der ist doch ganz so weit weg, ne? Oh, du meine Güte. Aber immer hier noch ein Kapsel aufgemacht. Ja, komisch. Oh, solche Viechern da. Ein Minigigama. Hey, der andere ist nicht getroffen. Wieso? Der Anzeige ist raus. Wieso hat der andere nicht getroffen, der letzte? Mal so ein Rad. Mal so ein Rad. Mal so ein Rad. Was hast du denn da? Oh, der Lenker! Geil, endlich mal! Und da kann man sich nur hier finden. Jetzt habe ich... Ne, sogar 7! Krass, das ist ja auch nicht so häufig. Eigentlich nicht geplant, aber mache ich trotzdem. Ja, dieser elektrische Strom ist auch gut für ein bisschen Licht. Hä, what the f- Hä? Vollnebig hier dort. Und ich mache das mit ohne Leuchtsamen. Ich mache das einfach mit dem Topass, ey. Um Licht zu machen. Okay, aber das ist der nächste. Und das ist jemand... Ein Heiseschwert. Ja, wenn der kaputt ist, zum Beispiel... Dann kann ich das machen. Oh, das ist so ein... Ist ein Silberner? Ja. Den würde ich ja schon abschlachten. Ach du Scheiße, ist ja so... Äh, wir nehmen dir die Hufe. Boah, ich habe gerade noch getroffen. Ich glaube, das ist ein Silberner, oder? Hä, wo ist mein Toll-Top-Bass denn? Okay, dann nehme ich deine. Oh, hat sogar Angst auf 18. Geil. Boah, ich nehme jetzt meine Stärkste. Okay, gleich zum Zerpfein. Perfekt. Und das besiegt. Äh, den Schild brauche ich nicht. Was ich brauche, ist so nah an, Jungen. Hm, hier da vorne ist das ganz Besonderes. Bestimmt. Okay, und das ist der Nächste. Okay, wir machen jetzt in der nächsten Folge damit auch weiter. Missi-Wurzel. Okay. Ja, guck mal, da seht ihr schon ein bisschen da vorne. Das ist wie so eine Art kleine Ruine da. Beziehungsweise in dieser Richtung. Ja. Es ist nicht mal weit. Und dort machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ja. Ja.